Am 4. März 2024 wird von 10 bis 14 Uhr in der IHK Nürnberg für Mittelfranken unsere IHK-Integrationsmesse stattfinden. Ziel ist es, Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund und internationale Fachkräfte mit unseren Mitgliedsunternehmen zusammenzubringen. Es werden sowohl Ausbildungen als auch Arbeitsangebote vorgestellt werden. Während der IHK-Integrationsmesse haben Sie als Arbeitgeber, als Aussteller und als Besucher die Möglichkeit, an unseren interessanten Vorträgen zum Thema beschleunigtes Fachkräfteverfahren zu wichtigen Neuerungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes teilzunehmen. Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei.